ARD Text im Auftrag von Funk ja, Feuerball, wo ist dahinter, der wartet grad Schnauze da unten ARD Text im Auftrag von Funk Du kannst es nicht, du scheiß Gast Na, geh, du wofür, wofür Kannst du, naja Was, mo, äh, Gast Ratete Sonst-Abteil was ist total Art Feuer, wenn ich dich engagiere Euro Gebäude mit oft auf St Da trifft nicht alles, weil das nicht oder was Ratic jetzt zu den Begrüßen die Begrüßen die die Begrüßen war das gibt es auch und der Klettern der Klettern der Stiftung wo es die Portier ist es ist immer der Kälte hier ist er schlecht da war ich so umdrehen und wenn es nur um hier ist es nicht mehr akzeptiert und er hat auch so als er war und abend Tarek Prozent 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 das ist der Preis da und er wird es ihm so bieten aber kurze Frage gewesen eigentlich gibt es an mit dieser Städte wie die Erde die Ziegler haben also die Neuropel und Prozent aber nicht um mich so besser ob dann halt es macht nur und seit 1 4 doch und seit welcher Version gibt es die der Stuttgart in der Abteilung im Monat auch das ist das war ja auch wenn ich mich nicht mehr so dass ich mich nicht mehr weiter die sieben auch noch auch nicht geworden die Welt ist da gar nicht nur ein Erzabbau Ich hab schon gedacht, der Zombie kann das Gesicht, ne? So ein NPC-Dorfbewohner-Gesicht als Zombie, geil. Au. Aber wo kam der verdammt nochmal her? Au. Er ist runtergespungen. Da. Ziel besser. Au. Das ist das Treffen schon mehr. Das ist das Risiko, was ich ja wahrscheinlich auch schon machen muss. Hä? Ja. Nein. Oh, nein. One, two, three, four, and we're hit. Das war gerade ein Zitat ausführen. Tsch infrascht. Ich kann welchen Ich bin immerhin davon. Oh, geil. Stürzt und er will uns hier oder weit ein Spaß weniger auf der Welt Ja ich hab Schwarzpür vor der Gostreine Ein Spaß weniger auf der Welt Und nur der nächste Gost Schwarzpür vor der Gostreine Werfen äh Schwarzpür vor der Gostreine E-Bast Wir werfen die Gostreine Werfen die ab da auch die Klinik die Katze aber zurück schmuckte Drecksausflüssen am meisten bei mir dieses Geräusch Wartemann das man hat gehalten Warte ich höre ein Schwein oder immer so irgendwie ein Schwein und wir haben Die neuen Grundgeräusche oder was? Mach das ja die ganze Zeit. Keine Ahnung, was das ist. Eigentlich X-Mail würde ich euch sagen. Also ich höre hier ein Schwein, aber auch ein komisches Schluck und Grundgeräusch. Was ich noch nie zuvor gehört habe, mein Gott. Das ist so wie, als würde der in einen Apfel beißen, ey. So klingt das. Hey, Dave, komm mit zu mir, du bist doch sowieso der da mehr Merkzeuger. Ich kann zu rausfinden. Weil sie sich mal kurz zu mir geben. Oh Mann, das tut Kaiser nett an. Fuck. Zombies, zombies, zombies. Zombies, zombies, zombies. Die Kameraden, Schweine. Irgendwann geht uns auf das Foto aus. Hey. ich hab nur 10 Worte schweinefleisch er hat er es kommt zu kurz zu mir die Schicksal ist wissen einmal der Portion bei mir war schon mal ein Schwein und dieses komische Grund wurden kommunistische Kunden öfters gilt und das ist bei mir im Schlamm wurde es war ein Ort und unterregend Exo bis du am Schwein war sie im Schlamm zu um der Ex-Faktor und Bissen durch Schöpfe über das Thema an die Wand und noch mal was da was da los ist und so ein Stich erster man sich jetzt hierhin stellst wo ich stehe für ein Schwein wir können ja aber er hat für uns kann man ja so dass er sich mal hier nur ich bin nach und so einfach mal kurz dazu hast du das geräusch also nimm bloß das schwein sondern auch anderes ich höre nicht oder ich müsste ich mal schnell ohne ich höre im schwein alter das leck das leck das leck das leck das leck das leck hast gehört ich höre nicht das ist schluss ich höre nicht das wird bestimmt bisher äh ender nicht nur du meine fressen das für geräusche hier ich höre langsam paar ohne idioten ich werde aggressiv ok jetzt können wir ja nach oben gehen um ich glaube ich habe da stein ist ich war noch nie im netter eingeschlossen um der kleine creeper sprengt dann was noch freier um so wir sind endlich wieder an der frischen Tagesluft doch das geht doch jetzt bewegt das erste Brot hat er zu schaffen er war das ist nur ein besuchen ja was ist nun das war die Hälber und werden wie denn er wird die Vorbereitung der Ex- und auch er in seiner Hütte das hat auf die ins Erbogen vorzahlen machen und möchten ich hatte und er ist aber weiter das ist ein weitergeht der geschießt Lotto und Reichen es ist eine Hütte der Nürnberg auch ist das Szent gebaut ist er hat sich nicht untergebracht als dieser Kälte ist besorgt heißt es ist und die Gäste ist es mit Worschen und es soll ich habe das andere gehen ich habe den lieben ist ein Jahrzehnts ab aus dem händen setzten auch dies ist aber auch bauten bei mir so ist die ist mit der Schaufe und die ist mit und stellen vorstehen als die so gut wie es bis aufgebaut wird 9 1 da ganz einfach zu zu sein ist und dieses Bild ein Führer-Kraft der Welt einfach rein und bestimmt Lager bringen weil er ja mal ein Rund haben Ecke und das Flieger der Rechte und der Ecke er hat die Köln die Köln der Schmerz der Welt abzuholen und die Dostlinie nur noch ein paar Mal bei Gott die gleichzeit ist geöffnet haben dann ist das auch kein Schafel aber noch was auch schieben wo ist das verkoppelte Teleport die Köln oder und was das Wort und geht zu meiner Hütte und da ist er da und die Erinnerung sehen uns das ist er gerade aus und das ist er noch links und dann ist es so und dort schon klingelt er im Helmpunkt da muss man mal der Köln ist es nicht so gut und so gut und so gut und so sagt jeder sagt dass sie zu bescheuert hat 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 er hat man das war jetzt gerade der dritter um das schnitzel das schnitzel auf der pfanne wird so holle wort macht du das du willst du nicht so dass es unten im bau vor blick festgelegt war ja ja ich will aber erst mal eine kiste basteln ich bin auch immer schwer und wenn die kiste der abzurückte war ich wie soll ich was solche behält oder ich sehe es ist oder ich sehe es ist ja nicht ja gar nicht der stadt und alt ist doch auch zu tun wo ich in der Europäischen Porto ist die zweite und sie wird um es gibt es um so tief bei uns wo er dann ganz erweißer Mannsdorfer auskommen um wenn man sich an Ort sein aber es war ein Lava Blutung rein machen von abzunehmen heute können wir uns auf dem Ort sagt es ist ja es ist effektiv bei Pfeuers und Feierresistenten wie es so stimmt da musste noch mal durchkommen sind und das ist doch bei uns das Brotter Brotter ist auch schon Prozent frei es ist der Hund schon auf den Bäumen unterwegs und deswegen eigentlich zum Auskauf der Baut hey es müsste zwei Hunde, bei mir sind zwei Hunde gib mal das Feuerzeug sag mal sag mal, ist das hier ein starkes Gebiet, weil hier nur Hunde sind Tee, es bleibt stehen, gib das Feuer das toleriert es, wenn du hier so verflixt, doch mal ein, wir kommen nur noch Hunde du musst ja hin zu vertreten zu verkackten, nicht, eben, rumrennen na, das muss jetzt auch toleriert werden das muss panariert werden das muss panariert werden so, du könntest mir jetzt mal bitte mal mal vollständig geben das ist mein Feuerzeug, das ist wie ich selber gebaut abzeugt bei Hause und uns braucht so gut, sagt ihr eh, es ah, spinnt euch die Haar alter Leber, auch jetzt noch mal die Haar die Haarke die Haarke Nein Nein Tokisch also zu schäden den Creeper anlocken in Gas an sie kann steht teleportiert werden auf dort schon sagt wer in Gas einloggt, der das betreut soll stören ich ein Erfolg eine Kostreine her die Schöne ich bin doch auch immer gewesen sind zum Schuss Grafik hier hat jemand eigentlich noch eine hat immer noch eine Seite ich bin noch wie ein paar sehen ich war gerade oben noch für hast du es halte? okay einfach in meinen Lacher meinst du völlig ja oh oh keine Taste drücken außer seitdem wehtaste nicht die mit mit er hat es auch nicht noch und oder so und das ist er erinnert es ist so wichtig auch kommen und es ist immer nützlich wenn er kann man es dabei ist ich werde schnell in den NDR so dass man bringen aus meiner Arbeit auf die Halle hat ein Kassel und zu schnitteln die Hälfte in der Zeit und auslösen will er noch das ist ein ganzes wein von einer hundehütte er hat die ganze diamanten verbraucht die säcke schweinchen sind es ist nicht die erschöpfe und die achten sinnlos sind auch alle in der truhe zumal was mein ganzes mineralien hin ja aber so was er gehört wird durch mehr gewohnt ist in jahr und ganz der einen der titel auf auch und die heißen er eine gewohnt und ich bin immer bezahlt wie er abtäckst und die feine starbein auch schon jetzt ich kann meinen Das ist ein paar Mal. Töber! 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 Töber!